Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Richte deinen Blick auf die Hilfe Gottes. Schon im Alten Testament hat das der gläubige König Josaphat gesagt, als sie von einem großen Heer bedroht wurden. Wir selbst können nichts ausrichten, sagt er. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. 2. Chronik 20, 12. Mach es genauso. Vertrau auf ihn. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Wir machen weiter in Psalm 23. Er leitet mich auf sicheren Wegen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit Ehre. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Nicht jeder Weg ist sicher. Nicht jeder Weg, wo du sagst, ich gehe mit meinem Herrn. Ich gehe, er muss mich beschützen. Er wird mich beschützen. Nein, er leitet dich auf dem Weg und auf diesem Weg, wo er dich leitet, das ist der sichere Weg. Wir wissen, als wir mal klein waren, zumindest bei mir war es so, ja, dann reißt man sich los von Mama, Papa und man rennt, weil man meint, man kann was besser und findet sich in einer Pfütze wieder. Und der Weg war doch nicht so prägelnd. Ja, sicheren Wege. Sichere Wege sind nicht die eigenen Wege. Die eigenen Wege führen so oft in die Irre und in alles Mögliche hinein. Nicht die schnellsten Wege. Die haben wir immer gern. Herr, ganz schnell, ich habe keine Zeit. Nicht die logischen Wege. Ja, also ich meine, Gott meint es so. Und das ist ja ganz logisch. Nicht die, die man immer gegangen ist. Ja, letztes Mal hat es hier geklappt. Aber es muss nicht das nächste Mal wieder klappen. Und nicht auch immer die schönsten Wege, die uns für, wo wir sagen, ach, das ist so schön. Da diesen Weg durchs Leben, den gehe ich. Nein, er leitet mich auf sicheren Wegen. Und wir waren schon in Indien. Und da ist es manchmal ziemlich gefährlich. Auf manchen Wegen Überfälle oder auch, da hat es auch Raubtiere, Tiger und so weiter. Und dann läuft man nicht unbedingt auf einem schönen Weg, sondern auf einem sicheren Weg. Und so sollen wir auch durchs Leben gehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns leitest auf sicheren Wegen. Und lass uns erkennen, wo du uns leiten möchtest. Lass uns aber auch erkennen, wo wir den falschen Weg gehen. Und umdrehen. Vielleicht ein Stück zurückgehen, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind. Zeige du uns deinen sicheren Weg. Danke, Herr. Amen. Amen. Ein Gebetsanliegen für Krebs schreibt uns eine Frau für ihren Vater. Heilung für meinen Vater. Er hatte Blasenkrebs. Jetzt gibt es wohl Metastasen in Lunge, Leber und Bauchraum. Und ein Mann schreibt, Hilfe ruft zu Gott. CT-Befund, Leber und Blase mit Metastasen. Und in den Psalmen steht, wenn wir zu ihm rufen, dann hört er uns. Und so ist es. Und das wollen wir jetzt tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese zwei Personen kennst, die da so angegriffen sind mit Metastasen. Und ich danke dir, dass dieser Krebs überwunden ist am Kreuz von Golgatha. Und dass auch diese Metastasen verschwinden in Lunge, Leber, Bauchraum, in Blase und wo das auch immer sitzt. Und im Namen Jesus soll jede Zelle austrocknen, die nicht dahin gehört. Und ich danke dir, Jesus, dass du Wunderbares tust an diesen zwei Menschen und auch alle anderen, die Metastasen haben. Jesus, berühre du jetzt. Lass deinen Heilungsstrom fließen durch jeden Leib. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihre Schwester um Gebet. Ich bitte um Gebet für meine Schwester. Sie hat TB und ist sehr schwach. Danke Gott und euch. Danke, Jesus, dass du auch diese Frau mit Tuberkulose kennst. Und ich danke dir, dass auch diese Krankheit am Kreuz besiegt ist. Und ich danke dir, dass du diese Lunge oder alles, was befallen ist, berührst mit deiner Heilungskraft. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt deine Hand da drauf legst und dass Heilung fließt. Danke, Jesus, dass dieser Leib gesund ist, so wie du ihn geschaffen hast. Ich danke dir, Jesus, für dein Eingreifen. Amen. Amen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und per E-Mail erreichte uns dieses Anliegen von einer Mutter. Liebes Gebetsteam, bitte betet für eine gute Beziehung zwischen meiner Tochter und mir. Ich würde mir so sehr Frieden, Freude und gegenseitige Achtung in unserer Beziehung wünschen, spüre aber seit einiger Zeit wieder nur noch Ablehnung und ich weiß nicht, warum. Herr Jesus, danke, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist, um auch Frieden, Herr, zu schenken und ein gutes Miteinander. Du hast es uns vorgemacht und, Herr, ich danke dir dafür. Komm jetzt auch bitte in diese Situation, Herr, dass die Ablehnung und die Ablehnungsschmerzen weichen müssen. Herr, ich danke dir dafür, dass auch Vergebung in diese Situation hineinkommt, dass alle Seiten sich einander vergeben können und dass da richtig Frieden hineinkommt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Mann bittet uns um Gebet. Ich leide seit 25 Jahren an einer axonalen Polyneuropathie. Das ist eine Nervenkrankheit, die die Füße befällt. Es wird immer schwieriger zu gehen. Kaum noch kann ich gehen. Ich habe Schmerzen, Krämpfe und ich wackele sehr. Ohne Gehstock oder Krücke kann ich nicht mehr gehen. Ich bin 83 Jahre alt, lebe alleine und ich bitte Jesus, mir zu helfen. Bitte betet für mich. Danke. Danke. Das tue mal sehr gerne. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht gedacht, ach 83, da kommt so etwas. Ja, kann sein. Aber wir dürfen trotzdem beten und Gott erhört trotzdem Gebet. Danke, Herr. Herr, durchflute jeden Nerv, Herr, dass jeder Nerv wieder richtig funktioniert, wie es in deiner Schöpfung vorgesehen ist. Durchströme jeden Nerv, Herr, mit deinem vergossenen Blut, Herr, wo Heilung drin ist. Ich danke dir dafür, Herr, danke das, was irgendwo vielleicht mal dem Alter zurechnen kann. Danke, dass wir bitten dürfen, dass du so wunderbare Dinge schon getan hast. Tu es wieder. Danke, Herr. Amen. Gebet setzt Gottes Arm in Bewegung und das hat eine Frau erlebt und schreibt uns. Vielen Dank für Ihre Gebetsunterstützung. Ich habe eine körperliche Kräftigung erfahren und seit Anfang Dezember einen Job in einem Seniorenheim. Auch die lang ersehnte Auszahlung der Versicherung habe ich erhalten. Dem Herrn sei Dank und Ehre dafür. Das ist doch ein Grund zur Freude. Egal, wo du bist, Gott hört dein Gebet. Eine Frau wollte zur Gebetsnacht, aber sie musste arbeiten. Und sie schreibt, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Gebete zur Gebetsnacht im September 2020. Ich hatte um Heilung von beidseitiger Sprunggelenkarthrose gebeten und danke Gott, er hat es getan. Ich bin geheilt. Das Leben und Arbeiten mit dieser Erkrankung war das reinste Märtyrium. In der Gebetsnacht musste ich arbeiten und konnte nicht vor Ort sein. In Gedanken und Gebeten war ich aber dabei. Zum Ende der Nachtschicht lief ich nach Hause und merkte, dass sich die Füße viel leichter bewegten, so als hätte jemand den Sand aus dem Getriebe genommen. Die Schwellungen, Schmerzen und Funktionsstörungen wurden von Tag zu Tag weniger und sie sind jetzt ganz weg. Ja, was Gott nicht alles in einer Nachtschicht machen kann. Und Versöhnung ist so wertvoll. Ja, Versöhnung ist wirklich so wertvoll. Und das passiert so wenig, weil es so verhärtete Situationen sind und so verhärtete Zeiten. Und man sieht in den Fernsehfilmen oft solche Negativvorbilder, wie so richtig Zoff ist. Ringe dich durch. Ringe dich durch zu vergeben. Du wirst so viel Tolles erleben mit Gott und auch in deiner Familie. Du bist nicht geschaffen für den Zoff, sondern für Liebe. Gott macht es dir vor. Hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Der Tipp des Tages. Überlege dir mal, auf welchem Weg du läufst. Du sagst, ja, Hauptstraße, verschiedene Straßennamen, das meine ich nicht, sondern im Glauben, auf welchem Weg läufst du. Läufst du auf dem Schnellweg, sagst, ich muss da ganz schnell hin und ans Ziel kommen. Läufst du auf dem Weg der Abkürzungen. Läufst du auf dem bequemen Weg, sagst, ja, da ist richtig schön weich. Oder läufst du auf dem sicheren Weg. Und du kennst den sicheren Weg nicht, aber er sagt, ich will dich leiten. Lass dich leiten. Wenn du Nöte oder Sorgen hast, dann schreib uns. Lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, bald ist wieder Sonntag. Sonntag, wie immer, haben wir um 10 Uhr Gottesdienst. Schau rein im Livestream oder auf YouTube. Es lohnt sich. Wir freuen uns, wenn du auch da mit dabei bist. Und ich möchte dir heute noch unseren Leitfaden für deine Freiheit empfehlen. Es sind viele Seiten, wie du in deine Freiheit kommst. Weil Freiheit, göttliche Freiheit, ein Leben in Freiheit ist, was ganz, ganz Wunderbares erlebe es. Du kannst es kostenlos von uns bekommen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende und bis bald. Alles Gute. Gottes Segen. Schau doch mal vorbei. � , Alle. Mein Gott. Alles Gute. Alles Gute. Chau doch mal wahr?